Du musst nur aufhalten. Schau, hörts den Pipo an. Der ist nicht weit weg von dir. Der ist nicht da einer da. Kriegst du? Nein, 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 nein. Es ist eine sexuelle S-Quart-Leute. Richtung Trader, Richtung Trader. Ja, wir haben keine Raketen. Wir müssen sie aufladen. Aber gerne haben wir. Ja, trotzdem, das ist es gellig. Wie heißt, Giger, mit der Kiste, dass ich auszufahren kann, oder was? Bist du schon? Du musst nach 7 fahren und die Kiste einladen. Und wie komme ich da weg? Ich bin bei dir da, Giger. Ja, und die Türen aufmachen.